Hoch konzentriert. Dass wir noch mal gucken, was da mit dem Kopf ist. Spezialisiert. Man muss sich dafür allerdings Zeit nehmen. Und einfühlsam. Was kann man denn gegen Ihre Angst machen? Das sind die Neurologen des Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt. Guten Morgen. Guten Morgen. Gegenbesprechung im Ärztezimmer auf der Station. Das Spektrum der Neurologie ist umfangreich. Bekannte Nervenerkrankungen sind Epilepsie, Multiple Sklerose und Parkinson. Morbus Parkinson. Mit dieser Diagnose lebt auch Brigitte Lange. Und das bereits seit 20 Jahren. Wollen wir einmal zum Motomet gehen und ein bisschen Fahrrad fahren, sodass Sie wieder ein bisschen beweglicher werden? Ja. So, und los geht's. Zittern, Bewegungsarmut, Muskelsteifigkeit. Ergotherapeutin Cornelia Gendreisig hilft ihr, den Bewegungsapparat in Schwung zu bringen. Ich hab's gar nicht gewusst, dass ich habe. Ich bin immer hingefallen. Und dann, eben, die platte Strecke, wieso falle ich hin? Und in so eine innerliche Unruhe hab ich dann immer gehabt. Und dann, wenn sie mich zum Auslandslangen besucht, was sie gefunden haben, ne? Ja. Und im letzten Jahr ist es ganz schnell runtergegangen mit mir. Mit 56 Jahren fängt bei ihr alles an. Die ehemalige Sekretärin steht plötzlich vor einem Abgrund. Sie ist unheilbar krank. Aber Brigitte Lange ist stark, lässt sich nicht nach unten ziehen und begibt sich in die Fachhände der Neurologen. Die Therapie steigert ihre Lebensqualität deutlich. Heute hat sie einen Termin bei Chefarzt Alain Gendou. Brigitte Lange hat einen Hirnschrittmacher. Dadurch wird das Zittern und Kopfwackeln nahezu völlig eingedämmt. Aber es gibt ein Problem. Die 76-Jährige stürzt immer wieder. Die Kontrolle des Hirnschrittmachers könnte Aufschluss geben. Auf jeden Fall stellen wir heute mal um und dann gucken wir morgen, ja, genau. Und dann gucken wir, ob wir morgen Nachmittag nochmal umstellen oder ob das so gut ist. Zeitgleich haben auf der Station fünf ambulante Patienten das Infusionszimmer bezogen. Für mehrere Stunden. Tropfen für Tropfen. Also, es war schon so weit, meine Frau musste mich fördern. Gerd Horn leidet unter MMN, Multifokale Motorische Neuropathie. Damit verbunden sind Lähmungen. Einmal im Monat kommt er zur Infusionstherapie. Seine Krankenkasse übernimmt die Kosten. Zwischenzeitlich war das anders. Da finden die dann den Baragraf nicht zugelassen. Dann fertig. Aber dank den Chefärzten hier am Klinikrum, die haben es dann durchgesetzt, dass ich es kriege. Durch die Therapie kann er seinen Alltag optimal gestalten. Ein relativ normales Leben führen. Ganz so einfach ist das bei Brigitte Lange nicht. Die 76-Jährige fürchtet, dass die Stimulationsintensität des Hirnschrittmachers nicht mehr ausreicht und deswegen immer wieder die Beine wegsacken. Die Intensität und die Funktion kann sich nicht selber verändern. Das machen wir mit dieser. Das haben da nur die Ärzte. Das heißt, sie kann nur mit dem hier ein- und ausschalten. Brigitte Lange muss mit der Situation leben und wird immer wieder Patientin der Neurologen sein. Parkinson lässt sich nicht heilen. Gut, okay, die Schwester kommt, ja? Habe ich Bescheid gesagt? Gut. Zeitgleich wird in der Notfallambulanz ein Patient mit Verdacht auf Schlaganfall aufgenommen. Sehen Sie in der nächsten Folge. Schlaganfall. Jede Sekunde zählt. Time is brain, Zeit ist Hirn. Der Arzt Felix Teubel reagiert sofort. Machen Sie sehr raum. Machen Sie sehr. Mal heat und sterben. Jetzt ist es bei mir selbst needed. Wenn man sie leer geht, sondern das